Ich hab' richtig. Ey, Garsten! Hä? Wieso sprichst du bei dir unbekannt? Ja, ich hab' die Nummer unterdrückt. Herr Toll! Kein Bock. Genial. Ey, pass auf, mindestens nächste Woche wird in der Zeitung völlig geile Artikel sein. Ich hab' keinen Bock, wieder reingehen. Nö. Mit meiner Mama streiten? Nö. Boah, meine Mama riecht schon auf, Alter. Weißt, was da drinsteht? Ach, drück dich doch. Hä? Weißt, was da drinsteht? Nur, weil die Appel sucht. Schwanz. Geil. Dann die Handynummer... Dann die Handynummer... Dann die Handynummer... Dann die Handynummer hinschreiben und dem Wohnort. Die explodiert übelst. Als ich glaub' die Jessie soll explodieren. Könnte sein. So ein Stunner. Haha. 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 Das könnt ihr euch mir vorstellen. Uhu. Hu-hu. Bumm. Oopsela Hahaha. Er hießt dann noch... Pops. Breiter, 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 Bumm. Hu-rhruff. Hahaha. 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 Darf schon mehrdeutig. Hahaha. Hahaha. Wie die Mrs. Puff. Breiter, 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 boom. Sieht es dich, die licht wie Luftballon. Lücken. Ach, ich habe keine Ahnung. Oh, wow. Das ist ein Puff. Lüge. Hey, wie ich gehört, gab es in der Tat, habe ich keine Tüsten gesehen, denke ich, ob das die Oste ist. Die Oste? Ich kann gucken, ob das die Oste ist. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Und der sitzt immer mit deinem Lachsack an. Und dahinter sind immer die Putschmammel mit Rischmoppen. Geil. Ich habe recht, ja. Oh, Mann. Geil. Die Oste sind berghochgerollt. Lass mich. Kostenkilo hoch. Ja, hau fein. Uff, die Geschwindigkeit 1 kmh. Die Putschdra hat 2 kmh geschafft. Putschdra, ich wollte 360 kmh, Alter. Ja, Viktor hat gleich Wilkhaven hat geschafft. Der war bei der Oste auch sehr groß. Der Viktor hat, ey. Ey, der Viktor, der holt schneller als Boga die Währung. Nö, schneller als die Putschdra. Und so ein Bett. Nö, Tavis. Notgeile Putschfrau sucht Schwanz. Für Jesse. Gut. Die Ecke. Hey, ist Carina on? Hä? Ist Carina on? Wer? Carina. Nö. Ich frage über ihr drei. Ja, die ist schon on. Ich frage sie über, ob sie on ist. Wenn ihr on wäre, ja, dann hätte ich die bei mir gelockt. Wenn die Putschfrau im Tunnel. Putschfrau ist im Tunnel. Wenn sie aufs Klo fangen. Da kommt nicht immer Fässig raus. Da kommt ein Spannchen rein. Der Einer, der kommt rein und raus. Bumbe. Atombombe. Nö. Die Putschfrau-Bombe. Oh shit. Bei dir explodiert. Es gab zwei Planeten. Da gibt es nur noch Rischmoppen und Putz-ein und Karten. Da muss ich mir vorstellen. Der geht und flügt. Putz-ein und Ahoi. Oh shit. Da kommt noch die Ot. Da kommt auch Tateose raus. Moment, das ist eine Nachricht, willkommen. Wie geil. Was denn? Die Autos regiert. Und hat Dios gekommelt. Wenn ich, wenn das Dios exkommelt ist, und auf dem Dach? Ja. Sie rollt da rum. Sie rollt da rum. Geht nicht der Welt aus, schrinkt kaputt. Sie rollt da rum. Das war ja auch die Geheimwaffe im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen. Das war ja auch die Geheimwaffe im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen. Das war ja nur fertig. Ich schiebe es gerade übelst vor. Das war ja auch die Geheimwaffe im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen. Das war ja auch die Geheimwaffe im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen. Das war ja auch die Geheimwaffe. Das war ja auch die Geheimwaffe. Oh Gott! Oh Gott! Lertig! Ja! Oh Mann! Oh Gott! Oh, der Kitz in 2. Weltkrieg! Katzi, 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 Bumm! Katzi, Katzi, Katzi! Lauter Katzis rein rum! Oh...! Ja, ich hab den Krieg wegen dem Götzis verloren. Ja, nein! 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 Ja! Das ist mir mit der Tastatur an der Front gelaufen. Ohne mit meinem Laptop. Da kommt die Putzko, da sind alle die Kötzis weg. Hä? Hä? Ja? Ich wusste nicht mehr. Hä? Hä? Äh, das ist mal. Ich bin einig. Ich bin einig. Gödia, nach vorne. Gödt von dem Mond. Gibbon, da sind ja entspannt. Wenn du gloves drauf. Oder dort auf dem Mond ist eine neue Anschlagskarte oder was? Oder ist ein ganz neuer Planet? Jesse auf dem Mond das neueste Agent aller Zeiten passt voll Jesse im Mond Jesse im zweiten Weltkrieg siehst du dich auch um alle dann hin alle gannen weg oder Victor den hast du noch kurz vor der Grenze zu Russland hingestellt und die werden im Koran 50.000 Kilometer nur Sackkarte das geht das kann der nicht oh man OMG Weltuntergang 2000 ja die Ortsatz zerrissen es regnet Göttis ich krieg nicht nur ein wie geil du musst dir mal forschen es regnet so Millionen von Göttis oder so Millionen von Pufffrauen hinter dem Kopf Millionen von Pufffrauen was war denn das gerade ja ja wie geil ja nicht mehr USA bin Laden sondern Jesse bin Laden jesse bin jesse bin jesse bin jesse bin brau jesse bin brau ginnial jesse bin blond jesse bin noist fim jesse abogadmos b flie von der Pufff Haut ören von der Pufff hall mit dem guck o contempl services Boah!